Hallo und herzlich willkommen zurück zu Soma. Wir sind hier jetzt erstmal stehen geblieben und ja dann lasst uns mal weiter gehen. Und hier ist immer noch unsere Öldusche, unsere wunderbare Öldusche. So, wir können hier mal einen Stuhl um uns schmeißen. Sieht ja super aus hier. Hallo. Ein Roboter. Hallo, kannst du mich hören? Ähm, hallo? Äh. Was ist das? Ah, ich glaube. Ah, und dann? Unser erstes kleines Rätselchen. Geschlossen. Was ist geschlossen? Was? Was ist das? Äh. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Hallo? Ähm. Was geht hier vor sich? Was zur Hölle geht hier vor sich? Ich, ich, ich bin noch zu jung zum Sterben. Ähm. Hallo? Was war das? Komm mir hier jetzt, ähm, durch. Ähm, ähm. Hallo? Hallo, Mayday, Mayday. Hallo. Was ist passiert? Hallo? Hallo, Hilfe. Ich brauche Hilfe. Hey, hey, kannst du mich hören? Ich höre. Ähm, Absalon, was ist passiert? Äh, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur ein bisschen wunderschön hier. Und in der room, gerade jetzt? Äh, es war, es war eine座ie mit einem Helmet. Ist das richtig? Äh, was ist dein Name? Ich bin Simon Jarrett. Und was du... Äh, ich bin so... Ah, das ist ein Riläser. Wo bist du jetzt? Äh, es ist ein Ort, mit elektrischem Power. Ich bin nicht sicher, ob es eine Plante oder ein Transformer... Äh... Ja, du bist wahrscheinlich in einem Thermalplan irgendwo. Du willst nach oben, nach dem Com-Center. Das ist der Ruhm mit dem Dome-Seilung. Äh, hey, guck, dieses Ort ist nicht... Äh, es ist etwas wirklich falsch hier. Hallo? Ich bin sorry, ich habe noch ein Riläser verloren. Hör, geh nach dem Com-Center, nach oben. Ich warte hier. Okay, wir sollten... äh, gehen. Okay. Ähm, oh. Jetzt geht's hier durch. Ist ja super. Errungenschaft, fraglich, alter Demroth gefolgt. Okay, ja. Ist ja super. Ähm, einen Augenblick. Ich mach's mal schön, ein bisschen leiser. Meine Kopfhörer, denn es ist ein bisschen zu laut. Und das gefällt mir nicht so. So, ähm... Okay, gehen wir mal hier weiter lang. Wir sprinten. Ich schau mal erstmal hier, was haben wir? Da ist verschlossen, da kommen wir nicht. Hier können wir runterklettern. Aber ich schau mal, können wir hier rüberspringen? Nein. Oder einfach runterfallen. Das geht auch. Was? Verpiss dich. BTF? Ähm, da ist das Monster. Kletter, 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 kletter. Na, super. Hattest du ans gesehen? Verdammt. Ich bin grad ziemlich angespannt. Okay, wir versuchen uns irgendwie da vorbeizuschlachteln, zu schleicheln Schnell Geh da schnell die Treppe, nuff Ah Und einmal Da kommt er Schnell, 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 schnell Hui Ähm, da konnten wir nicht Das war irgendwie etwas komisch Aber gut, wir können da nicht drüber Wir sind durch das Teil gefallen, durch das Metallstab sind wir gefallen So, was macht er da jetzt? Wir haben den auf jeden Fall da irgendwie hingelockt Hat er uns gesehen? Ich hoffe nicht Schnell rennen Ich gehe einfach mal hier lang schauen Ob wir da irgendwo was haben Da ist auf jeden Fall sehr gepritzel und sehr pratzel und sehr pritzelig Äh, gut Ich glaube hier könnten wir einen Stromschlag oder so bekommen Ah, hier können wir uns healing Das ist sehr toll Geh mal da wieder weg Du olle Knolle Hat er uns gesehen? Weil der rennt immer so hastig manchmal Dass man meint, dass er uns gesehen hat Tschüss Alter, was ist das für ein scheiß Monster? Das ist nicht normal auf jeden Fall Ich glaube es ist halb Roboter, halb noch irgendwas anderes Weil es leuchtet so blau Und es ist irgendwie ein sehr komisches Monsterchen Da ist eine Tür offen Da müssen wir wahrscheinlich durch Tschüss Oder müssen wir da hoch? Wir müssen ja eigentlich Treppe hoch Ich schaue aber erstmal hier Ich habe irgendwie ziemlich viel Angst Okay, da ist eine Sackgasse Wir müssen die Treppe hoch Oder geht es hier irgendwo durch? Nein Ih, ich habe irgendwas gehört Irgendwas schleimiges Das hat so geglitscht So komische Geräusche gemacht So ekelhaft Nein, druck dich Der ist da Der hat uns aber nicht gesehen, oder? Der ist irgendwo da hinten Ähm Los Schnell Nuff Ab und Oh Schnell jetzt Nuff, 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 nuff So Und wieder zu Ja Das Monster hat uns gar nicht entdeckt Wir sind so Lang So leise gewesen wie ein Ninja Und ohne was das Spiel erinnert mich gerade ziemlich an Ähm Monstrum Und ein bisschen erinnert es an Monstrum So, was haben wir denn? Ein Passwort Ach scheiße, das ist nicht richtig Ich hatte kein Ich hatte ein Blackout Amy Rogers Könnt ihr mich hören? Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen Ähm, und wer sagt das? Können wir ändern Bla, 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 bla Bla, 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 bla Okay Hat nicht funktioniert Ähm Ich möchte zurück, bitte Okay Da können wir auch ein Passwort eingeben Ja super Da können wir uns mal healen Mach ich einfach mal Auch Obwohl wir voll sind, glaube ich Mit Heilung Wir brauchen eigentlich keine Heilung Da hab ich was gesehen Also, ja Das ist nur so ein Roboterarm Hui da haben wir ein paar zeichnungen wieder sollen so ein m ja wie so fisch so ein mann der eine pfeife raucht und das monster von lochnäs sieht aus wie das monster von lochnäs und keine ahnung was das sein soll so was haben wir da den paar grisseleien die nichts nützen wir schalten einmal das licht wieder an das mache ich schon noch nicht ich schaue mich erst mal hier um okay es gibt hier sehr viele wege irgendwie hier kommen wir auch durch keine ahnung ja da ist ganz verschlossen da kommen wir nicht durch dafür brauchen wir vielleicht so ein passwort wahrscheinlich oder so was ja dann gehe ich erstmal hier schauen was haben wir warnung pathos 2 ok warnung online warnung offline wer redet da hier kommen können wir nichts machen machen hallo was zur hölle ist was okay ich frage einfach gar nicht was mit dir passiert oh der rede mit uns ähm ok das ist karl hallo karl ja karl wer kennt den karl nicht okay ja sowas in der art aber gut okay da können wir nichts mitmachen dann gehen wir mal hier lang und einmal wieder in die vergangenheit oder was wir hier auch machen ich habe mich gerade irgendwie ein bisschen erschrocken bei der sauer und ich dachte jetzt kommt irgendwas und greift mich an aber was zur hölle war da los ich habe was gehört was mir nicht gefällt dass ich das gehört habe und darum möchte ich hier bitte verschwinden ich dachte gleich ich habe da was gesehen so was ist hier denn hier ist es ziemlich groß äh 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 ja er ist tot id 0722 samton karl ich höre ziemlich kranke geräusche da geht es nicht lang wo zur hölle geht es hier denn hin geht es hier raus an äh draußen kann es ja nicht gehen denn wir sind unter wasser was ist hier der darf sofort umkehren wir haben y versiegel um deinen weiteren betrieb zu gewährleisten vermasselt es nicht als arro karl war nicht mein fehler ich höre es es ist irgendwo dahinten aber wie der viel geht es hier weiter es sieht so aus als ob es hier weiter geht und da ist glaube ich irgendwo die das monster das gefällt mir nicht dass da irgendwo das monster ist aber gut ich mache erst einmal den habel den habeldabbel da der funktioniert sowieso nicht also müssen wir da lang mensch aber wir müssen da hoch hui ja dann sind wir hier richtig oh man oh wir können spinnen öffnen da haben wir aza azaro amy das da ist also die amy die gute amy Da haben wir Nothing On the evening morning Das ist 100%ig ist der Monster da Das Monster in der Nähe Das hört man richtig stampfen Wie beim Monstrum Oh man Oh man oh man Da haben wir nichts Ich hab Angst Na super Sackgasse Wieso kommen wir da nicht durch Da können wir nur Die Tür auf und zu machen Ja hier kommen wir jetzt nicht mehr durch Hier kommen wir nicht durch Ja was können wir denn dann Machen Da kommen wir nicht durch Da haben wir ein paar Anzüge Alter man das Monster Die Geräusche sind echt gruselig Hier kommen wir nicht durch Ah Das haben wir noch nicht gemacht So was Ist passiert Das ist Da war der Karl Und Immer wenn ich die Geräusche von irgendein Viech höre Dann denke ich Immer das ist irgendwo hier Dass es jetzt gerade passiert Weil das hört sich an Wie wenn es hier gerade wäre Aber gut Und das ist sehr gruselig Aber ja was zur Hölle sollen wir jetzt tun Können wir nochmal mit dem Karl reden Ja ich brauche immer was Bist du ein Mensch Okay das machen wir dann Wenn wir irgendwie irgendwo hinkommen Würden Wer pinkelt da Die Geräusche sind sehr Gruselig gerade Ich habe stampfen wieder gehört Wie immer Das können wir immer noch nicht machen Wenn wir runter da war Nichts Ne Nein Da war nur das Und ich glaube nicht Dass wir wieder zurück müssen Hoffe ich zumindest Ja Oh Da haben wir eine Karte E-Werk Verwaltung Kommunikationszentrale Fabrik Was ist das Da werden wir die Fabrik Da kommen wir nicht durch Ja da brauchen wir ein Passwort Das Passwort Da ist ein Zettel Was steht da denn Lockdown Vorgang eingeleitet Für Details bitte Terminal überprüfen Das Licht ist schon an Das ist auch schon an Die Lichter sind alle schon an Aber wo kriegen wir denn das Passwort raus Was zur Hölle Der stampfen Ohne Witz Das Monster ist hier irgendwo in der Nähe Das weiß ich Aber ich schau mal nochmal Ob wir Hier Ob ich Hier irgendwo was übersehen habe Denn wir haben bestimmt irgendwo was übersehen Oder ich habe irgendwo was übersehen Da nicht Da auch nicht Da glaube ich Nichts Ja Hier haben wir auf jeden Fall Nichts übersehen Oh man Ja Ich hätte nicht gedacht Dass ich irgendwann mal bei Soma Stecken bleibe Hier kommen wir nicht voran Äh Ja Da waren wir gerade Ja dann gehe ich nochmal da Weil irgendwo Wir können da uns anders hin Nein Mach keine Faxen Okay Äh Ah Hier liegt eine Bohrmaschine Vielleicht kann ich ja Das Das Fenster einschlagen Nein War klar Dass das nicht funktioniert Das ist gerade sehr nervig Diese Stampfen und Geruckle hier Das nervt hier Das nervt voll Aber dagegen kann man jetzt nichts machen Denn hier komme ich natürlich immer noch nicht Weiter Wieso läuft hier überhaupt voll viel Wasser raus Davon habe ich keine Ahnung Ich höre jemand der atmet Ich glaube aber das sind wir Und trinken ein Bier Ja Äh Ist ja super Ja aber ich würde sagen Ich bende hier erst einmal die Folge Denn ich habe keine Ahnung Was wir Machen müssen Ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen Auch wenn hier jetzt nicht so viel passiert ist Wir hatten einmal Das Monster richtig gesehen Und sind dran vorbeigeschlichen Ja das war es auch eigentlich Mit dem spannenden für heute Aber ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen Über einen Kommentar Und ein Abo Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin euer Panther Dann ciao